Hi, ich bin Daniela Molina, ich bin Lara Wurmer und ihr hört die Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen und Buna di Minata zur 141. Ausgabe der Comic-Cookies. Mein Name ist Bree Storm und ich bin hier mit den zwei Jungs, die verblieben sind bei den Comic-Cookies, nämlich... Moin Patrick. Redest du mit mir? Redest du mit mir? Du musst jetzt sagen Moin Andi, sonst wirkt es nicht dynamisch. Moin Andi, sonst wirkt es nicht dynamisch. Moin Breed Storm. Moin Moin. Also ihr seht schon, wir haben heute mal versucht zu tauschen mit der Moderationsrolle, damit der Andi sich auch mal ein bisschen entspannen kann. Deswegen werde ich heute mal so ein bisschen durchs Programm führen. Habe ich ja früher auch schon gelegentlich gebracht, als der liebe Steffen noch da war. Und das probieren wir heute mal. Was habt ihr gelesen, Jungs? Andi, wie sieht es bei dir aus? Bei mir geht es heute um einen Manga, den ich ursprünglich mal für die CCA angedacht habe und ich dachte nicht, dass ich den so lustig finden würde. Die Rede ist von Teddy Boys Love, Ausgabe 1, erscheinbar Ultraverse. Und dann noch ein zweiter Manga und zwar im Rahmen der Reihe Andi Lestinger, die ihr schon immer hätte lesen müssen. Die Rede ist vom aller, aller ersten Band von Sailor Moon. Die Metamorphose. Naoko Takeuchi hat den geschrieben und ich habe hier die Ausgabe von Fast Comics. Die ist schon ganz schön alt. Ich glaube, aus Anfang der 90er. Ne, die Ausgabe ist von 98, aber 92 erschienen. Die, äh, die Vorlage. Geil, ne? Patrick, was hast du dabei? Ich habe einmal vom Splitter Verlag, von Amazing Amesian, den Quentin Tarantino Band und von Reprodukt Dondon Antipoden, der größenwahnsinnig Inquisitor. So, und ich habe mitgebracht im tiefen, tiefen Wald aus dem Hause Panini und die Abenteuer von RG von Carlsen Comics. Dann starten wir durch. Oder habt ihr vorher noch Ankündigungen zu machen? Ne, aber wir haben noch eine CCA vorbereitet. Wollen wir die jetzt schon spoilen? Auf keinen Fall. Alles klar. Und wir können auch auf ein kleines Projekt verweisen. Das habe ich schon bei Twitter verlinkt. Und unser Kumpel Marek hat gerade ein Kickstarter-Projekt. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört habt, haben die Comic-Cookies das wahrscheinlich auch schon geteilt. Ja, Marek ist zurück und er wird auch in Erlangen rumwuseln. Also könnt ihr da mit ihm auch sprechen und zu seinen Comic-Projekten befragen. Stichwort Erlangen. Auch die Comic-Cookies werden da sein. Woo! Natürlich. Nämlich wie? Ja, auf jeden Fall. Alle drei und auch alle ehemaligen. Soviel steht schon mal fest. Ich glaube, Hotels sind hier weitestgehend auch schon gebucht. Ja. Bedauerlicherweise kann man noch nicht so ganz so viel sagen zu den Dingen, die dann auf Bühnen und so stattfinden werden, weil das aktuell alles ein bisschen schwierig ist mit der Organisation beim Kulturamt, was einfach daran liegt, dass die Personal Probleme hatten. Aber kann sein, dass es dieses Jahr so viel wird wie noch nie. Also ein bisschen was ist schon bestätigt. Ich werde auf jeden Fall wieder mit Comic in Bayern zusammenarbeiten. Ich werde auf jeden Fall mit verschiedenen Verlagen zusammenarbeiten. Das will ich jetzt hier aber noch nicht zu sehr ausbreiten, um nicht alle Chancen zu verbauen. Aber letztlich wird das schon so funktionieren. Und auch für die Comic-Solidarity werde ich wieder viel machen, wie es scheint. Ja, und dann werde ich natürlich noch jede Menge Interviews führen. Das ist das, was ich tun werde. Aber ihr beide seid ja auch noch da und ihr habt auch jeweils ein Aufnahmegerät, richtig? Bingo. Das könnte sein, ja. Wirst du denn ganz viele Interviews wieder machen? Ja, der Plan ist, dass ich wieder so einen Interview-Marathon mache. Ich habe vor, das immer morgens zu machen von 9 bis 12 Uhr. Und dann so in diesen Slots, wie ich es auch beim letzten Mal schon gemacht habe oder jetzt aktuell auch bei der Buchmesse. Und im optimalsten Fall kann man sich das Ganze dann auch irgendwie in irgendeiner Form live angucken. Ob wir das dann letztlich wirklich hinkriegen oder nicht, wo es stattfindet und so weiter, das muss ich noch zeigen. Okay, und ich denke auch der Andi Süd wird am Start sein, weil er betont ja immer, dass er seit 1949 auf jedem Comic-Salon im Erlangen war, den es jemals gegeben hat. Also da gehen wir davon aus, dass das was wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch so eine Comic-Caster-Treffen geben könnte. Das wird es auf jeden Fall geben, das stimmt. Und da ist auch schon vieles geplant. Tatsächlich könnte es sogar sein, ich habe ihn bei der Buchmesse getroffen, dass der Toni von Paperback-Podcast mit am Start ist. Zusätzlich zu den anderen üblichen Verdächtigen. Aber auch da müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt in die Detailplanung reingehen, weil das alles, wie gesagt, noch nicht so spruchhaft ist. Wir nehmen jetzt auf Ende März. Das sind dann ja immerhin noch, glaube ich, zwei Monate. Ende Mai ist, glaube ich, eher lang, oder? Insofern ein bisschen heiße Nadel ist da ja immer mit dabei. Ihr erfahrt es auf den Social-Media-Kanälen und in den Chatgruppen der Comic-Cookies, wann ihr wo zu sein habt, um den geilen Scheiß nicht zu verpassen. Hervorragend. Dann starten wir jetzt mal in die Rezensionen. Ich würde ganz kurz noch eine Sache, auch wenn wir, wir sprechen uns hier nicht ab, ich würde gerne noch von der Leipziger Buchmesse ganz kurz erzählen. Ah, okay. Denn da habe ich gar nichts zu erzählen. Ich war da, und zwar nur am Donnerstag der Leipziger Buchmesse. Ich kam an in eine, wie ich finde, Veranstaltung, die sich nicht nur gemausert hat, die wirklich, die zählt für viele auch vor allem im Artist-Bereich so ein bisschen zur, ja, wenn man so will, zum Kicker, zum Saison-Kicker für die Veranstaltungen, für die Comic-Veranstaltungen, weil sie halt doch so relativ früh im Jahr ist. Das ist ja nicht nur die Leipziger Buchmesse, das ist ja immer auch die Manga Comic-Con. Und diese nimmt dort enorm viel Platz ein. Man hat es leider nicht geschafft, dass es dort so richtige Synergie-Effekte gibt. Was ich wieder gehört habe, wie sich teilweise die etablierten Buchverlage dagegen sträuben, und zwar mit Hand und Fuß mit den Comic-Verlagen zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel ein zentrales Thema gemeinsam zu präsentieren, wie es aktuell natürlich für diese Klimathemen sind. Es gab wohl im zentralen Bereich der Messe irgendwie so eine Art, ich nenne es mal Klimabooks, whatever. Und da hätten verschiedene Produkte, die jetzt aktuell zum Beispiel auch bei Panini erscheinen und auch bei anderen Verlagen sehr gut reingepasst, aber die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt. Und ob das ein Fehler ist oder nicht, müssen diese Buchverlage selber entscheiden, denn letztlich sind es die Fotos von den Cosplayenden, von den Comic-Fans und Manga-Fans vor allem, die da enorm vertreten sind, die in der PR nach außen die Leipziger Buchmesse inzwischen darstellen. Also das nur mal dazu. Ich weiß, dass die Besucherzahlen noch mal leicht gestiegen sind im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich weiß auch, dass dem Grunde nach auch alle halbwegs zufrieden sind. Ich bin auch in so internen Chats mit Artists drin. Es gab dasselbe, was es immer gab. Irgendwelche Leute, die mit komischen Dingen gefüllten Schokobongs verteilt haben. Es gab Leute, die haben irgendwelche Spenden eingesammelt und waren dafür nicht legitimiert. Das gab es wieder alles. Aber das höre ich alles nur so vom Hören sagen. Denn ich selbst bin, wie gesagt, Donnerstag dort angekommen und hatte dann eigentlich einen ziemlich vollen Timeslot. Ich habe 13 Interviews führen wollen an dem Tag. Zwei davon haben dann leider nicht geklappt. Aber trotzdem war ich im Endeffekt nur in so einem Kellergebäude. Also ich war im Gebäude im Keller. Und wenn ich so über diesen einen Schlitz geguckt habe, konnte ich auch ein Fenster sehen. Und dann kamen da immer mal wieder Menschen zu mir. Und wir haben Podcasts geführt, also Gespräche geführt mit mir. Die erscheinen alle demnächst noch im April beim Tele-Stammtisch. Und habe dann da natürlich auch wieder ganz viele Anmoderationen aufgenommen, wie wir das hier für die Comic-Cookies dann regelmäßig brauchen. Da kommt einiges Tolles auf uns zu. Ja, das ist alles, was ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wie die Stimmung im Publikum war. Ich weiß nichts zu den Aufbauten der Messe selbst. Ich kann nur von Videos berichten, die ich selbst auch noch auf Instagram gesehen habe oder von denen die Artists erzählt haben. Ich glaube, Ultraverse hat sich nicht nehmen lassen, die dort eingeladenen Artists, also die hauseigenen, auch entsprechend zu präsentieren. Die Leipziger Buchmesse ist, glaube ich, immer wieder ein super Anlaufort. Insbesondere für ein Manga-Publikum. Und da ich ja Comic-Fan bin, zähle ich mich da auf jeden Fall auch zu. Das als Kurzfazit zur LBM. Ein schönes Städtchen. Wenn ihr da hier überhin wollt, macht es wie immer. Bucht frühzeitig eure Hotels. Ja gut, das erinnert so ein bisschen an ein paar Fiction. Da gab es ja auch Wesen, die in einem Keller gelebt haben, ab und zu durch den Schlitz kommen, gucken durften. Und ab und zu kam jemand rein. Also, wenn auch ihr Andi treffen wollt, nächstes Jahr bei der Leipziger Buchmesse im Keller, bucht euch ein. So sieht es aus, ja. Und jetzt starten wir die Rezensionen, nämlich mit, was war das gleich? Boy Love? Teddy Boys Love. Die Rede ist von einem Comic, von dem ich ganz offiziell sagen kann, das ist wahrscheinlich der Beste, den ich in Vorbereitung für die Manga Comic Con gelesen habe. Ich lese da eine Menge Sachen. Da war richtig viel gutes Zeug dabei. Ich habe auch verschiedene Manga-Dinge gelesen. Dinge, die mir besser und die mir weniger gefallen haben. Und hier war einer dabei, den habe ich zunächst erstmal überblättert und habe diverse Genitalien in den Rosetten anderer Personen gesehen und wusste, okay, vielleicht bin ich hier nicht zwangsläufig die richtige Zielgruppe für dieses Ding. Ich lese es aus professionellen Gründen natürlich trotzdem. Und habe mir deswegen Teddy Boys Love Nummer 1 von Artwork ist Natalia Schiller und Story ist der von uns sehr geschätzte Marcel Hugie Hugenschüt. Die haben nämlich was aktuell bei Ultraverse draußen, waren dort auch mit Signilstunden und diversen Actions am Start. Auch die durfte ich beide interviewen und vorab habe ich eben diesen Teddy's Boys Love gelesen und muss sagen, das ist schon sehr lustig. Das ist so dermaßen lustig und das hat mir so dermaßen gut gefallen, dass ich ruhigem Gewissen sagen kann, dass es das vermutlich Beste ist, was ich gelesen habe in Vorbereitung für die Leipziger Buchmesse. Worum geht es eigentlich? Ja, unter anderem um Teddy. Teddy ist eigentlich ein Plüschtier, so ein Stoffbär und der arbeitet zusammen mit einem Engel. Dieser Engel, der muss zufälligerweise genau 69 Menschenleben retten und deren Abenteuer. Der Teddy, dieser, ja, der namensgebende Protagonist unserer Serie, der kann sich rein zufällig aber auch verwandeln und zwar in eine menschenähnliche Form. Er ist ein attraktiver, muskulöser junger Mann, kann aber das Ganze noch ein bisschen abaufpimpen, sieht er noch ein Stück weit maskuliner aus und letztlich sind das, glaube ich, drei Abenteuer gewesen, die alles sexuell sehr aufgeladen sind, in denen wir verschiedene, wirklich extrem unterhaltsame Dinge lesen können. Also ich muss sagen, ich habe hier dann ja auch im Gespräch einiges zu dieser Entstehung letztlich auch von diesem Band rausgekriegt. Das erste Kapitel Unglücklich verliebt ist ein Kapitel, das gab es vor einiger Zeit schon. Das hat der Hugie, nämlich der, wie gesagt, Autor dieser Story ist, selbst geschaffen, dass so der Einstieg in die Handlung ein junger Schüler ist scheinbar ziemlich geil, im wahrsten Sinne des Wortes, auf seinen Lehrer. Und nun ja, eins kommt zum anderen, spätestens dann, wenn der magische Teddybär und seine sexuellen Möglichkeiten auf ihn treffen, dann wird es auch deutlich explizit, das kann man so weit schon mal sagen. Und das gab es vor vielen Jahren schon mal in einer Version, die hat der Natalia überhaupt nicht gefallen. Das heißt, die hatte sowieso schon irgendwie Kontakt zu den Jungs von Delfinium Prinz intoxicated und hat den dann mal angequatscht, hier, lass das nochmal gemeinsam machen, du machst den Autor und ich zeichne dir das alles nochmal in schön. Na und so kam es dann auch. Die hat dann einfach das ganze Ding nochmal neu gemacht mit ihren Ideen und dabei halt voll und ganz den Humor vom Huggy mit in die Arbeiten einfließen lassen. Und das ist der erste von insgesamt, das erste von insgesamt vier Kapiteln. Sehr lustig. Wie gesagt, sehr explizit, du siehst Genitalien, das Ding darf man auch nur eingeschweißt verkaufen auf so einer Buchmesse. Es ist, ja, durch und durch in dem Fall homoerotisch, aber nicht ausschließlich. Wir haben auch bisexuelle Beziehungen, Transpersonen tauchen hier in diesem Manga auf. Aber, und das ist das, warum ich dachte, ich könnte es mit euch sehr angenehm in der CCA absprechen, es ist völlig egal, ob das ein Boys Love oder sagen wir mal so ein erotisch aufgeladener Manga ist, denn letztlich ist das nur ein weiteres Mittel, das Huggy nutzt, um uns seine lustigen Dinge zu erzählen. Und machen wir uns nichts vor, wenn es um derben Humor geht, um welchen unter der wahrsten Sinne des Wortes Gürtellinie, dann sind sexuelle Themen natürlich auch einfach dafür geeignet, einfach da irgendwie was zu präsentieren und das gelingt ihm sehr gut, dass das alles explizit ist, dass wir ständig irgendwelche Genitalien sehen und so, das ist halt einfach nur so eine Randerscheinung. Wenn einen die nicht abschreckt, dann kann ich diesen Manga uneingeschränkt empfehlen. Hier sind richtig viele, richtig lustige Dinge dabei. Unter anderem gibt es ein Kapitel, in der treffen unsere Protagonisten auf eine sehr, sehr, sehr wohlhabende Person und wie das bei wohlhabenden Personen natürlich so ist, die stehen alle auf irgendwelche Sexspielchen und auch dazu kommt es dann hier in dem Fall, warum man damit Menschenleben rettet, dass sie eigentliche, wenn man so will, der rote Faden dieser Geschichten ist, das müsst ihr schon selbst rauskriegen und ganz am Ende, so nach dem Kapitel, nachdem alles geklärt ist, fragt eine unserer Figuren diesen Reichen eigentlich, hier sieht es aus, warum bist du eigentlich so reich, wie konnte das denn passieren und dann sagt er, ja, ich mache Seife aus Katzenbabys und das kommt so überraschend in dem Moment, dass es unfassbar lustig einfach ist, das hat mir sehr gut gefallen, wie gesagt, viel sexualisierte Witze, auch wunderschön gezeichnet, das muss man einfach mal sagen, die Natalia, wenn die sagt, hier, ich mach dir das nochmal an hübsch, dann hat die halt recht, das sieht schon toll aus, das ist sehr mainstreamig und aber insgesamt wirklich sehr ansprechend, die Sexszenen sind sehr ästhetisch geraten, die Anatomie passt da schlichtweg auch, wir haben natürlich auch viele attraktive Frauen hier drin, viel Vollbusigkeit, viel Buttshots auch, das funktioniert aber und ich möchte es nochmal konkret sagen, das ist alles nur ein weiteres Mittel, um eine Geschichte zu erzählen, bei der diese ganzen, ja auch homoerotischen Inhalte nur eine Randerscheinung sind oder wie gesagt, ein Werkzeug, um diesen recht lustigen Quatsch zu erzählen, von mir beide Daumen nach oben, meine Entdeckung von der Leipziger Buchmesse und ich finde die Vorstellung, dass ich davon nochmal einen zweiten Teil lesen kann, sehr angenehm. Ja, so explizite Dinge, weiß ich nicht so genau, würdest du da einen Blick reinwerfen oder würdest du es lesen sogar, wenn ich mir so eine deutliche Empfehlung geben kann und dir sage, es ist nur ein Mittel zum Zweck? Also ich rekapituliere das mal und sage, die Paradigmen sozioökonomischer Diversität wurden offensichtlich gepaart mit subtilem Humor hier präsentiert von einer Person namens Hugie. wahrscheinlich nicht. Nein. Also ich war an dem Punkt raus, an dem Körperteile in Rosetten oder wie hast du es genannt waren, da war ich so ein bisschen raus für mich und ich würde vielleicht mal reinblättern wollen, aber das wäre jetzt nicht, was ich sofort auf meine Wunschliste setze. Aber das ist ja klar, jeder hat da einen anderen Geschmack halt. Es ist schon wirklich krass explizit. Das hat mich auch mega abgeschreckt, das Durchblättern selbst war jetzt nicht, das hat dem Comic, dem Manga keinen Gefallen getan. Aber dann so, wenn wir dann so einmal so durch bist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht das schon. Patrick, was meinst du? Puh, das ist bei mir auch schwierig. Auf der einen Seite mag ich Hugies Humor wirklich sehr. Also ich feiere seine kranke Elefantenfriedhof frei. Weil dieser explizite Content, da bin ich zwiegespalten. Im Vergleich zu Ralf König, wie würdest du vergleichen, ist er da expliziter oder ist es ähnlich? Sehr viel expliziter, weil du halt nicht diese, also sehr viel expliziter. Das ist, da siehst du einen jungen Mann breitbeinig vor dir sitzen, der sich gerade selbst befriedigt und kurz vorm Abspritzen ist. Das ist sehr viel expliziter. Oha. Alles andere wäre gelogen. Das macht mir alles Angst, deswegen gehen wir jetzt weiter zum nächsten Comic. Patrick, wie sieht's aus? Ich werd jetzt nicht weniger explizit. Ich hab mal wieder einen Comic von Louis Trondheim gelesen in Zusammenarbeit mit Johns Farr. Er oder Johns Farr, der auch in Erlang da sein wird, angeblich. uns geht's um die Antipoden-Reihe. Die Antipoden-Reihe, das ist circa 10.000 Ausgaben nach der Donjon-Reihe, um dann noch mal ein bisschen mehr Verwirrung zu bringen. Mir ging's nicht anders. Und erzählt so losgelöste Geschichten. Es wurde nicht kommuniziert, dass das die Fortsetzung zu die Armee des Schädels ist. Deswegen hab ich mir das jetzt komplett jungfräulich gegeben. Es geht natürlich um einen größenwahnsinnigen Inquisitor, gezeichnet von Gregory Panazion. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und dieser Inquisitor, der ist eben richtig krank. Er lässt Gehirne platzen mit Pulver. Er schlitzt Bäuche auf. Er verwandelt seine Assistenten in Skorpione. Also, er macht richtig krankes Zeug. Es gibt so diese eine Dialog-Szene, da fragt der Sohn, was hast du heute gemacht, Papa? Und er meint, ja, heute hat der Inquisitor zwei Studenten von einem Dach gestoßen, das Hirn eines Mönchs verzerrt, einem Dissidenten die Nägel ausgerissen. Und danach setzt er sich in Ruhe hin und liest ein Buch namens Das Leben der Blumen. Und ja, von dieser Art Gemetzel haben wir einiges. Wir haben auch zwei Hunde. die wohl aus dem Vorgänger waren. Die Namen habe ich nicht erfahren. Auch die führen dann so herrliche Dialoge. Ja, du kannst dich nicht selbst zum Kotzen bringen. Nein, nicht ohne Scheiße zu fressen. Na, du hast noch viel zu lernen. Das haben wir als Inhaltsangabe auf dem Rückcover. Also, sogar die bei Reprodukt wussten wohl offensichtlich nicht, wie sie diese Story zusammenfassen wollen. auf jeden Fall der Inquisitor meuchelt viel irgendwann auch diese beiden Skorpion gehilfen. Und irgendwo in diesen ganzen Gewuseln müssen sich diese beiden Hunde zurechtfinden. Irgendwann habe ich es aufgegeben, da einen Sinn dahinter zu finden und habe mich einfach sehr unterhaltsam berieseln lassen. Das ist eben für mich so dieses Problem mit dem Don-John-Kosmos. Es würfelt immer wieder hin und her, hat wirklich unterschiedlichste chronologische Zeitepochen. Schon allein, dass die Don-John-Stories in unterschiedliche Epochen wie Zenit, Antipoden, Morgengrauen, Monster, Parade und so aufgeteilt werden, macht das Ganze nicht einfacher. Deswegen mag ich eher so diese zusammenhängenden One-Shots von Trondheim. Aber wer sich auf was komplett Freidrehendes einlassen kann, der hat hier wirklich seinen Spaß. Also wer mit Gemetzel abkann, wer mit Derm Dialogen abkann, der findet hier seinen Humor und hat Spaß. Und Grigory, der bringt das so rüber, dass es leicht abgemildert ist. Trotzdem würde ich das jetzt nicht unbedingt einem Kind zum Lesen geben. Aber wir haben hier eben mal derbe franco-belgische Kost. Stichwort Einstiegspunkt. Wenn ich mich jetzt dazu entschließe, ich möchte dieses Universum auch mal erkunden, mit was sollte ich denn aus dem Bereich dann am besten anfangen? Bei Donjon würde ich klassisch mit dem ersten Band anfangen, einfach umzugucken, liegt dir dieser Humor? Wenn dir dieser Humor liegt, dann verzeihst du auch das ein oder andere Krude, dann verzeihst du auch den einen oder anderen Anschlussfehler oder eben, dass du nicht alles zu 100% verstehst. Oder du fängst bei ihm eher mit der Ralf-Adsam-Reihe an oder mit dem ersten Herrn-Hase-Band. Auch bei Herr-Hase gibt's sehr viele bessere Einstiegspunkte bei Donjon. Ich lass mich gern mal von euch aufklären. Sagt mir, sowas wie so eine Lesereihenfolge, es gibt's ja auch bei Star Wars The Clone Wars, dass man sowas wie so eine Reihenfolge hat. Vielleicht gibt's auch sowas hier für Donjon-Leser, dass man sich da besser reinfriemeln kann. Ich war leicht überfordert, aber ich war verdammt unterhalten und hab nach den Lesen des Bandes direkt auch die Armee des Schädels bestellt, wo die beiden Hunde wohl auch dabei sind. Da geht's dann um den Krieg zwischen Orks und Elfen. Okay. Wir haben ja wirklich keinen einzigen Charakter, der nicht irgendwo auf eine Art und Weise geisteskrank ist. Wir haben ein Kind, das die ganze Zeit den Hunden den Bauch aufschlitzen will, hier werden irgendwie einfach mal so Ställe abgefackelt. Die Frau vom Inquisitor, die ist auch nicht heimloser. Das muss man abkönnen. Also das ist bestimmt kein guter Einstiegspunkt. Ja, also, wenn auch ihr Tipps habt für einen super Einstiegspunkt in dem Bereich, schreibt uns gerne an info-rtelestammtisch.de Du mich auch. Wir machen gerade so Gewinnspiele und was ich bei den Gewinnspielen an E-Mails kriege, ich kriege am Dach, keine Ahnung, irgendwas hohes dreistelliges. Gewinnspielpost ist sehr, also ich habe meine Benachrichtigung gerade aus. Okay. Nee, aber ich muss sagen, irgendwann werde ich diesen Punkt finden und werde da mal richtig einsteigen bei den Herrschaften, weil ich habe immer so Einzelbände gelesen und da habe ich gedacht, oh, was da jetzt alles noch dahinter steckt und müsste ich da jetzt noch Wissen haben und dann gibt es da noch fünf Bände und das ist immer so ein bisschen, was mich so abschreckt halt. Aber irgendwann werde ich es schaffen. Naja. Ich hingegen habe jetzt was, was einen sehr leichten Einstieg bringt, nämlich einen One-Shot und zwar ist es im tiefen, tiefen Wald von Carmen Maria Machado und Dani und das Ganze ist erschienen unter dem DC Black Label und dem Imprint Joe Hill House Comics. Joe Hill hat ja großen Erfolg gehabt mit seinen Comics, sodass er diesen Imprint bekommen hat und so kann er jetzt wohl offensichtlich da auch Sachen rausbringen, die nicht von ihm sind und das betrifft halt diesen Comic auch, denn die Frau Machado Machado hat im tiefen Wald rausgebracht als Autorin und wir finden uns ganz klar in der Welt wieder in den 80ern, es geht um Jugendliche und natürlich denken wir da sofort an Stranger Things und ich glaube so ein bisschen in diesen in diesem Sog von dieser sehr erfolgreichen Serie ist das Ganze rausgekommen, dass man da gesagt hat, oh das scheint die Leute zu interessieren, wenn sie sich so ein bisschen in ihre Jugend vielleicht zurückversetzen können oder andere sehen wie geil die 80er waren und so weiter und da ist diese Geschichte erschienen 2020, die Handlung spielt in dem Städtchen Shutter to Think und die zwei Protagonistinnen sind die Octavia und die Eldora, die sind beste Freundinnen da gibt es jetzt keine Beziehung während eine von denen aber eine Freundin hat ganz klar und das ist halt auch was was die Frau Machada auszeichnet sie macht sehr sehr oft auch so Fantasy aber meistens mit so einem lesbischen Bezug dann dazu und das hat sie auch hier verarbeitet also so wenn ihr euch das Ganze so ein bisschen vorstellt wie Stranger Things mit einem lesbischen Pärchen und noch einer weiteren Dame die eine Freundin davon ist dann sind wir schon ziemlich nah dran Shutter to Think ist eine alte Minenstadt und unter der Stadt verlaufen überall diverse Gänge und die beiden Mädels sind also es ist wirklich eine Kleinstadt man geht ins Kino man trifft sich mal aber viel mehr passiert da halt nicht so geht man halt auch mal in den Wald und da passieren aber ganz merkwürdige Dinge also sie treffen da wenn ihr das Cover beschreiben sollt wenn man das direkt sieht da ist so eine Figur raus so ein fleischloser Kopf der sehr frappierend an Walking Dead Comics erinnert wenn man das so sieht es ist aber kein Zombie sondern es ist ein Wesen was einfach keine Haut hat aber ich glaube das schon ziemlich bewusst genommen dass man diese Ähnlichkeit zu The Walking Dead da reingestellt hat das sieht wirklich original aus wie ein Cover aus der Reihe aber wie gesagt es sind keine Comics sondern es sind so so eine Art Fabelwesen es gibt Menschen ohne Haut die da drin sind es gibt Tier Mensch Mischwesen die so ein bisschen an Sweet Tooth auch erinnern aber dann doch nicht so ganz und das Ganze spielt auch in so einer ganz seltsamen düsteren leicht unangenehmen Atmosphäre die da wieder gespiegelt wird was natürlich auch an den Zeichnungen von Dani hier liegt auch eine weibliche Zeichnerin die ja schon ich möchte nicht sagen reduziert zeichnet aber sie beschränkt sich schon so ein bisschen aufs Wesentliche und das vermittelt diese Atmosphäre sehr sehr gut auch die die Farben sind hier teilweise sehr sehr knallig aber auch das trägt alles zu einer ganz abenteuerlichen ja magischen Atmosphäre so ein bisschen bei in diesem Ort also da merkst du schon von vornherein dass da in dem Ort so alles nicht stimmt klar ist auch so ein bisschen 80er angelehnt wo wo knallige Farben und sowas auch so ein Ding waren natürlich aber hier sind wir eigentlich doch dann auf dem Land und es ist manchmal ein bisschen übertrieben wie die Farben sind aber insgesamt passt es dann doch ziemlich gut zueinander und ja die Mädels müssen herausfinden was in diesen Ort da so vor sich geht und das Ganze wird natürlich auch noch ein bisschen gepaart mit so ein bisschen Gesellschaftskritik also es geht so um Armut um ja vielleicht auch Missbrauch würde ich da mit rein interpretieren wollen und ja wer so sich das vorstellen kann und diese diese Atmosphäre da von Stranger Things mochte der wird sich hier glaube ich auch sehr sehr gut wiederfinden mit noch so einem kleinen Spin dahinter da kann ich eigentlich nur den Daumen hoch geben im Endeffekt Wie hat dir das Artwork gefallen sieht hier in der Leserprobe echt ganz nice aus Ja es ist es passt zu der Geschichte also es jetzt wäre jetzt nicht auf den ersten Blick meins gewesen aber mit dem was da letztendlich ausgedrückt werden soll mit dieser ja bisschen Melancholie die da in diesen Ort auch mitschwingt wie es den Leuten so geht die doch dann sehr arm sind wie du den Niedergang so siehst das ist ja natürlich auch ein aktuelles Thema in den USA dass du viele Bereiche hast wo die Industrie die Biege gemacht hat und dann wirklich nur noch sozial sehr schwierige Bedingungen herrschen all das wird hier wieder gespiegelt und ein bisschen auf die 80er projiziert aber natürlich auch eine kleine Analogie zur Gegenwart in den USA wie ich finde In anderen Rezensionen die ich hier so finden kann da wird auch tatsächlich genau das gesagt also es wird oft diese Gesellschaftskritik positiv erwähnt das ist ja eine schöne Sache dass das da drin steckt Das ist nicht nur die Gesellschaftskritik die hier gut funktioniert sondern auch das Interagieren mit den beiden Mädels das fand ich hier schön und emotional also das hat auch super funktioniert und wo du gesagt hast das erinnert an so ein Walking Dead äh Zombie mich hat es eher an so eine verkleinerte Version von einem Attack on Titan Titanen erinnert die sind ja auch teilweise hautlos stimmt daran hat mich das teilweise frappierend erinnert dass man vielleicht auch da die Zielgruppe abgreifen wollte ich fand das auch wirklich einen schönen stimmigen One-Shot ich hab den nur damals nicht reingenommen weil ich damals schon sehr sehr viel aus dem Hause Hill House Comics vorgestellt hatte und ein bisschen Variation reinbringen wollte deswegen finde ich es schön dass du den jetzt an dieser Stelle hier mal vorstellst weil das Ding ist sehenswert tut nicht weh und ist wirklich ein schöner kleiner Horrorcomic bei dem auch die emotionale Komponente stimmt und auch das Artwork passt und stimmig ist was wir uns ja schon im Vorfeld unterhalten hatten ich hatte ja gefragt hattest du den damals vorgestellt weil ich hatte mir den auch bestellt nachdem du irgendwas von Joe Hill vorgestellt hast und danach hatte ich den irgendwie dann lag er zwei Jahre auf meinen Stapel oder so und dann habe ich den gelesen und ich also was was ich marketingtechnisch schwierig finde ist wenn du Joe Hill ganz oben auf das Cover in drei Zentimeter großen Lettern hinter diesen Kopf von diesem Zombie schreibst und der letztendlich nur ja verantwortlich ist dass das auch in dem Imprint erscheint also das fand ich ein bisschen bisschen schwierig also natürlich kann man sagen du kannst dich ja damit beschäftigen wer hat das gemacht und warum und weshalb vorher das mache ich aber selten und ich finde es schwierig dann diesen Name der mit dem Comic an sich erstmal gar nichts zu tun hat so groß drauf zu schreiben also wenn jemand da könnte man schon das falsch deuten und wahrscheinlich ging mir das damals auch das ach ist ja noch was von Joe Hill das nehme ich auch gleich mal mit das finde ich ein bisschen schade dass das so gemacht wurde auf jeden Fall man kann es fast schon als Mogelpackung bezeichnen weil der Name ist wirklich ganz groß und dann die anderen Beteiligten deutlich kleiner drunter gedruckt ja ja es ist auch für die für das Autorinnen Team in diesem Fall auch ein bisschen traurig wenn du eigentlich die Hauptautorin bist und einfach der andere Name ist zehnmal so groß da drauf gedruckt das finde ich ein bisschen schade aber naja wir werden sehen ob er das immer noch so weiter betreibt oder nicht apropos weiter betreiben wir kommen zur weiteren Ausgabe von Manga Moshi nämlich der Andi der hat den nächsten Manga jetzt dabei das ist echt so ein bisschen Zufall muss ich sagen also ich sage immer ich bin kein Manga Fan aber was ich in den letzten Monaten an Manga gelesen habe ist schon beeindruckend gerade weil es ja letztlich auch das klingt immer blöd aber ich lese das halt aus professionellen Gründen ja ich habe jetzt in Vorbereitung für die wie gesagt Leipziger Buchmesse drei oder vier Manga gelesen und da waren ganz interessante Sachen auf jeden Fall mit dabei Dinge die ich besser fand Dinge die ich weniger gut fand und ich kann so viel sagen nicht alles was bei einem Verlag erscheint ist gut und nicht alles was außerhalb eines Verlages erscheint ist schlecht ganz im Gegenteil da sind oftmals Perlen dabei die einfach nur nicht in der breiten Masse funktionieren denn die breite Masse ist dumm aber gut jetzt an anderer Stelle mal ein bisschen genauer yo pass mal auf ich werde jetzt nämlich über Sailor Moon sprechen bei Sailor Moon da war ich tatsächlich ich war auf dem Flohmarkt Flohmarkt hier bei mir um die Ecke in der kleinen Stadt zwischen Frankfurt und Darmstadt und da war so ein Kinderflohmarkt und da standen so Papas und Mamas rum und die haben Dinge gemacht und ich muss sagen ich habe mir da einfach mal was gekauft von dem ich mir unsicher war soll ich es mir holen oder soll ich es mir nicht holen denn es ist Band 1 und es ist Band 4 von Sailor Moon und zwar in der Ausgabe die bei Fast Comics erschienen ist ich habe mal so ein bisschen rumgeschaut im Comic Guide steht es gab insgesamt 18 von diesen Manga und ich kann mir vorstellen dass das auch abschließend war keine Ahnung ey weil Sailor Moon wenn das mal kein Klassiker ist was denn dann das ist für mich mal mindestens so eine Wellenlänge oder zumindest auch eine Wichtigkeitsstufe wie das auch Dragon Ball zum Beispiel gewesen ist und da ist ja auch vor kurzem der Autor auch gestorben da haben die zum Beispiel auch bei der LBM so eine Gedenkschweigeminute gemacht und so eine Genki Dharma in den Himmel gemacht das war eigentlich ganz ganz putzig alles aber so Sailor Moon das ist halt was das gab es natürlich eben damals in meinem Fall auch auf RTL 2 als Serie als Anime und da konnten wir dann dabei zugucken wie unsere Bunny letztlich ihren was auch immer schwingt und dann wird sie zu Sailor Moon und dabei hat sie Kriegerinnen die haben auch alle letztlich dieselben Kräfte heißen nur anders und erleben da einfach actiongeladene Abenteuer die mal mehr mal weniger spannend inszeniert sind natürlich gibt es noch eine Love Story es gibt noch einen epischen Background und so war das damals es hat viele Lesende in den Bann gezogen und Faced dürfte es gewesen sein die da hier in dem Fall 98 ich habe die erste Auflage hier gerade in der Hand dann damit angefangen haben werden das Ding zu präsentieren das Faced war wohl scheinbar schon in irgendeiner Form wir wissen das bestimmt alles besser liebe das Publikum aber die gehörten wohl wie es hier scheint laut Impressum auch zu Eggmont eh ein paar dazu also ich kann mir vorstellen dass es so eine Art Imprint von denen war das ist wirklich nicht meine Zeit und das Original ist scheinbar 93 erschienen in Japan ja und man muss schon sagen bevor ich jetzt auf Inhalte und so weiter eingehe ich lese das ja wie gesagt wohl ich möchte dass ich so ein bisschen die Hintergründe und die Basics der Gattung Comic der Gattung Manga verstehe und ich kann schon auf jeden Fall sehr gut verstehen warum das hier ein Klassiker ist denn wenn ich beispielsweise mal schaue was meine liebe kleine Tochter was die so guckt im Fernsehen auf Netflix Disney Plus und sonst wo dann ist das zum Beispiel Ladybug und da wird mir klar dieses Magical Girl Genre nennen wir es mal also vor allem Mädchen die aufgrund von irgendwelchen meistens Zaubergegenständen Zauberkräfte oder Superkräfte erhalten und dann als Heldin durch ihre Welt streifen und dort das Böse zu bekämpfen das ist schon so eine Sache das gibt es jetzt schon immer mal und wie gesagt Ladybug ist jetzt nur ein Beispiel das ich kenne da kam von nicht allzu langer Zeit auch ein Film raus ein riesen ja eine riesen Marke die junge Mädchen und Jungs erreicht und währenddessen unsere Bunny hier natürlich in Tokio unterwegs ist wir sehen hier im Band immer mal auch Hintergründe und da ist dann auch mal der Tokio Tower zu erkennen ist auch ganz offiziell Tokio haben wir dann bei Ladybug dann natürlich in Paris und das ist schon faszinierend was scheinbar Sailor Moon hier so angestoßen hat es unterscheidet sich nochmal ein Stück weit von diesem Power Ranger Manga den ich hier mal vorgestellt hatte ich weiß nicht mehr genau wie der hieß da gab es ja diese neue Version diesen neuen Print den ich glaube ich dem Andi mal geschickt und geschenkt hatte keine Ahnung wo der jetzt gerade ist und das war alles nochmal ein ganz Stück simpler ein Stück stumpfer das war eine mehr oder weniger fiktive Welt in der einfach Dinge passiert sind ohne großen Zusammenhang und dann wurde gekämpft hier ist ein bisschen mehr roter Faden drin bei Sailor Moon denn wir erinnern uns zurück an die 90er wo wir vielleicht auch die Serie gesehen haben Manga und Anime sind parallel erschienen soweit ich das hier sehen kann das ist einfach so dass wir eine Protagonistin haben Bunny sie ist 14 sie ist ein bisschen verballert sie ist eigentlich einfach eine Schülerin und sie schläft gern und so viel essen tut sie nicht das wird übrigens mehrfach erwähnt und das wäre ein Kritikpunkt sie isst ja gar nicht viel und sie isst so schön weil sie so schön schlank ist also sagen wir so das Thema Frauenbild in den 90ern in Japan ist wahrscheinlich noch bescheidener gewesen als es heute ist das spielt hier schon eine große Rolle sie ist halt einfach so ein bisschen so sie ist jetzt einfach da da gibt es auch eine Mama die ist auch irgendwann da und plötzlich so aus dem heiteren Himmel kommt diese Katze diese Katze mit diesem Halbmond auf der Stirn die ihr Fähigkeiten gibt diese Fähigkeiten machen sie zu Sailor Moon und dann stolpern wir eigentlich durch die verschiedenen Kapitel des ersten Bandes in der wir haben ja quasi jedes Kapitel eine neue Begleiterin von Sailor Moon es gibt da verschiedene Begleiterinnen im vierten Band sind es dann die ersten fünfte wenn man so will das Kernteam wir wissen als alte Sailor Moon Fans dass im Laufe der Serie noch eine ganze Menge mehr werden aber es sind namentlich nicht nur Sailor Moon es sind noch Sailor Merkur Sailor Mars Sailor Jupiter und Sailor Venus und die sind im Regelfall alle 14 sehr schlank haben alle irgendeine Besonderheit die eine ist Priesterin die nächste ist sehr schlau sie kann nämlich super gut zocken und geht zumindest zu Beginn in das Kristallseminar wo nur die Schlauen hingehen dann gibt es noch Sailor Jupiter die ist sehr stark aber einsam und Sailor Venus die wohl scheinbar bis Band 4 irgendwann kommt weil Band 2 und 3 habe ich halt nicht gelesen die ist auch da und sieht eigentlich aus wie eine Kopie von Sailor Moon nur hat die andere Haare und das ist auch schon so ein bisschen eins der Themen die sind nämlich vom Charakterdesign her alle nicht so wahnsinnig spannend aber wir haben auch Anfang der 90er wir haben eine Geschichte die spielt in Japan und wir haben eine Autorin namens Naoko Takeuchi die hier auch immer mal so kleine Briefchen in den Manga rein macht die sind wirklich sehr sympathisch geschrieben zumindest in der deutschen Fassung die ich jetzt hier habe wo sie so ein bisschen von ihrem Alltag erzählt wie die gerade Produktionsprozesse der Serie also der Anime Serie als auch des Mangas aussehen und das alles ganz toll und ja das muss man halt in Anbetracht der Zeit aus der es kommt sehen und dafür war das glaube ich schon ein Fortschritt wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den Sachen die ich halt kenne aus den früheren Phasen des Manga also eben diese Power Ranger Geschichte beispielsweise dann hat das überhaupt einen roten Faden es hat einen Background es hat einen Gedankengang der vorher ins Leben gerufen worden ist um halt eine lange epische große Geschichte zu erzählen an die ich mich wie gesagt dunkel noch aus dem Anime erinnere und diese Geschichte wurde uns hier in den 90ern eben von Fest präsentiert und dann fällt gleich auf das Ding kommt daher wie so ein ganz in der klassischen westlichen Lesereihenfolge das ist also nicht irgendwie die Reihenfolge die ich jetzt aktuell bei einem Manga erwarten würde das sind also von hinten quasi aufschlage und lese nein ich konnte den lesen wie ich halt so Comics sonst auch so lese ich bin nicht ganz sicher aber vermute stark dass dazu die Bilder einfach gespiegelt wurden und sie wurden vor allem per Hand nachgelettert es ist ein komplettes Handlettering hier im ersten und auch im vierten Band und es ist ganz putzig irgendwie also es ist lesbar aber fällt mir halt auf das sehe ich heutzutage einfach nicht mehr so oft und was außerdem heraussticht ist so generell das Artwork und zwar nicht etwa weil es einfach grazile schlanke Figuren mit tollen Gesichtern sind die übrigens auch und auch das wäre kritisch zu sehen insgesamt für 14-Jährige schon relativ sexy dargestellt werden also wenn die sich dann immer mal zu einer Stewardess verwandelt oder in einem Kleid rumtanzt oder so dann haben die natürlich einen Ausschnitt und so und ich muss sagen das finde ich schwierig die sehen auch nicht unbedingt aus wie 14-Jährige das muss man so ganz klar auch mal sagen andererseits verstehe ich natürlich dass es 14-jährige Mädels angesprochen hat damals und vielleicht auch bis heute noch tut das Ganze kommt nämlich Artwork-mäßig wie gesagt alles voll schön aber man muss sich mal über die Designs der Seiten unterhalten denn die ragen heraus du hast ganz oft einfach also wäre es eine PowerPoint-Präsentation würde man sagen es wäre überladen du hattest nämlich du hast Effekte du hast Stempel du hast unterschiedliche Rasterfolien und nicht nur die Standardpunkte wie du sie heute in vielen Fällen hast du hast viel Krach-Boom-Pang die Figuren sind in vielen Fällen nur ganz grob skizziert und dann passiert noch irgendwas mit irgendwelchen Strichen im Hintergrund und dann ist mal wieder ein Rosenstempel drauf dann ist mal ausgeschnittene Stempel hinten im Hintergrund zu sehen also es fällt mir schwer das zu beschreiben aber das ist was das habe ich zuletzt gesehen unter anderem bei Ultraverse bei dieser Kayla und das letzte Geleit heißt die Reihe die da gerade aktuell erscheint von der Susanne Goschkun auch die macht da so Dinge noch deutlich ausgefeilter und raffinierter als es hier bei Sailor Moon der Fall war aber da kommt das natürlich also vielleicht unter anderem her ich wäre nicht überrascht wenn Susanne hier auch Sailor Moon Fan ist und war und da auch eine Inspiration rausnehmen konnte wie auch Unterteilungen stattfinden zwischen einzelnen Panels es ist eben nicht einfach nur ein weißer Rahmen das ist eben auch mal das sieht aus wie als hätte da so ein Kind mit so Bastelmaterial das es für kleine Kinder halt gibt eine Collage zusammengeklebt und daraus eine Comicseite gemacht ich glaube wirklich dass der Begriff Collage das ist was diesem Manga und diesen Designs hier am ehesten gerecht wird und in diesem überraschend guten Design letztlich und ich rede nicht von dem Figurendesign und ich rede nicht von der Qualität der Artwork selbst die auch das völlig okay ist das sehr gut ist sogar sehr fein und grazil und die Figuren sind voneinander grundsätzlich unterscheidbar sondern letztlich wirklich das Design der Seiten selbst das finde ich positiv bemerkenswert ja und die Geschichte die entfaltet sich eben wie sie sich so entfaltet es gibt immer so ein bisschen den Bösewicht des Tages das ist so ein bisschen auch schon wie bei den Power Rangers gibt es eine größere Macht die im Hintergrund steht und die diese Bösewichte irgendwie dann naja letztlich dazu bringen soll Energie zu stehlen damit diese Bösewichte wiederum selbst eine verstorbene ehemalige böse Königin erwecken können ihr merkt schon das ist sehr episch und im Endeffekt hat am Ende unsere Bunny nicht nur ja mindestens mal vier weitere Freundinnen und zwei Katzen sind es irgendwann und es gibt auch noch Freunde im echten Leben nein sie hat vor allem noch einen ja geliebten den Mamohu Chiba aka Taxido Mask ihr erinnert euch vielleicht liebe das Publikum noch dunkel im Hintergrund da gab es diesen Typen der ist ähm ja hat immer diesen Anzug an und diese Maske auf und diesen Zylinder auf dem Kopf das ist halt sein Taxido der wiederum ist genau wie Bunny das ist noch spannend für alle die sich an die Anime Serie erinnern können vielleicht auch auch eine Wiedergeburt aus einem ehemaligen Königreich das wiederum mit diesen Bösen zusammenhängt es ist schon krass und es ist halt wirklich auch deutlich ausgearbeiteter als viele Dinge die ich dann auch selbst in den 90ern noch bei zum Beispiel den Power Rangers gelesen habe das ist schon Next Level Shit gewesen vermutlich damals und genau so muss man das auch sehen ich kann dem Grunde nach das weiterempfehlen ich finde es ist insofern schlecht gealtert weil die Figuren insgesamt zu sexy daherkommen das finde ich bei 14-Jährigen immer schwierig tut mir leid da finde ich sollte eine gewisse Verantwortung mit einhergehen aber es ist halt eben auch dieses Schulmädchen Outfit ne also die sehen ja als Sailor Moon jetzt nicht viel anders aus als in ihrem regulären Schulmädchen Outfit nur dass sie dann halt irgendwie Stöckelschuhe tragen und vielleicht noch irgendwie einen Edelstein mehr am Kopf tragen oder so das macht ist jetzt nicht so einen Riesenunterschied und die sind natürlich auch also dass Sailor Moon und Bunny von Menschen nicht miteinander in Verbindung gebracht werden ist so ein bisschen wie dieses Sailor wie dieses Superman Car-Cland Paradoxon also natürlich ist das offensichtlich und so aber darum soll es hier an der Stelle nicht gehen für mir beide Daumen nach oben für Sailor Moon eine Story ganz ehrlich ich habe jetzt Band 2 und 3 nicht gelesen aber ich glaube das ist absolut völlig auch unnötig die zu lesen weil ich mich jetzt eigentlich nur noch darauf freuen würde mal eine Zusammenfassung der ersten 18 Bände also der Komplettstory nochmal zu sehen ich würde gerne nochmal wissen wie jetzt eigentlich so ungefähr die Story war in Band 4 kommt dann nämlich auch diese kleine Bunny dazu von der wir im Laufe der Story bestimmt noch viel mehr erfahren also wer hier Mutter von wem war oder ist und Tochter von wem war oder ist wer ist Königin wer ist Prinzessin wer ist eigentlich in wen verliebt und wer hat jetzt die krasseste Kraft von allen kombiniert mit einer Menge guter Action wie ich finde ich habe einen aktuellen Manga hier gelesen aus deutschen Landen der hatte nicht annähernd die Qualität in den Action-Szenen die Sailor Moon damals schon hatte insofern ja Mondstein, Flieg und Sieg Patrick du hast doch garantiert auch den Anime geguckt damals oder zumindest in Teilen oder? und ich habe sogar vor zwei Tagen bei der Arbeit dieses Clark Kent Paradoxon erlebt also eine Arbeitskollegin hat mich nur nicht erkannt weil ich mal meine Brille nicht auf hatte es passiert auch wenn es arg lächerlich wirkt und ja als Kind der späten 80er sind wir um diese Serie nicht drum rum gekommen das war wie was heute Big Bang Theory ist oder How I Met Your Mother das lief damals rauf und runter wir kamen damals nicht um Sailor Moon um Dragon Ball um Dragon Ball Z drum herum es lief egal ob du es gucken wolltest oder nicht wir haben es mitbekommen und du hast es schon gesagt es wird wirklich sehr oft zitiert sogar diese Verwandlungssequenz in wie viele Animes ist die mittlerweile eingeflossen sogar das DuckTales Reboot von Disney hat diese Verwandlungssequenz mal zitiert bei Krachbummente bei einer Variation davon also der Einfluss der ist nicht wegzudenken selbst wenn du es nicht gesehen hast irgendwo hat es dieses Genre mit beeinflusst und ich habe mir sogar sagen lassen dass diese Romanze irgendwo auch anscheinend quasi Partisch stand für Buffy da kann sich dann gerne Legere Legende bei der Diskussion einklinken ob das so stimmt weil ja diese Reihe die lief ja auch eine Zeit lang hat diverse Reinkarnationen gehabt und die Synchronsprecherinnen die sind eben auch sehr sehr oft aufgetaucht wir hatten hier auch von der Lisa Bohlmann eine Zeit lang das Intro eingesprochen neben Robert Patrick also ich bin kein großer Fan aber ich kann den Einfluss auch nicht verleugnen oder abstreiten ich gönne es jedem der damit Spaß hat mein Genre ist es eben nicht ja verstehe ich total ja du brauchst den alten Mann gar nicht zu fragen ob er ob er irgendwie interessiert zu der Zeit als das groß geworden ist da habe ich mich schon für echte Frauen interessiert deswegen war das für mich glaube ich nie spannend tut mir leid aber was spannend ist ist dass Sailor Moon ja tatsächlich eine der wenigen Reihen ist die von Anfang an sowohl Jungs als auch Mädels angesprochen hat das war was also da findest du immer einen kleinsten gemeinsamen Nenner wenn du da so ein bisschen über die 90er und über Serien reden möchtest und spätestens wenn du den Titelsong irgendwo anmachst dann singen so viele Leute mit also ich kann das zumindest punktuell wahrscheinlich auch bis heute noch und das ist schon wirklich das muss man einfach mal egal was man jetzt davon hält mal anerkennen wie wichtig also popkulturell wichtig diese Serie sowohl als Anime als auch als Manga gewesen ist und das war mir Grund genug hier wie gesagt mal in die Bände reinzuschauen ja kann ich nachvollziehen was euer Sailor Moon ist ist mein Heidi also wenn Heidi deine Welt sind die Berge gesungen wird da stimme ich auch mit ein ganz klar also das so geht es mir auch na gut dann haben wir das Thema Manga heute vielleicht schon erledigt Patrick wie sieht es bei dir aus so jetzt komme ich mal zu einer Biografie von Splitter von Amazing Amesian zu Quentin Tarantino es ist optisch gestaltet wie so eine alte VHS und man hat hier wirklich sehr viel Wiedererkennungswert wird quasi am Anfang geführt wie so ein Interview zwischen wie ihm auch immer und Quentin Tarantino und er führt einen chronologisch durch seine Filmografie natürlich Tarantino mäßig irgendwo ist es narzisstisch weil er meint ja er hatte so einen großen Einfluss alle anderen haben versucht ihn zu kopieren niemand hat das bisher so richtig geschafft was das Besondere an dieser Biografie ist das Stil variiert je nach Film je nach Thema wir haben sogar eine kurze Sequenz die ist so im Calvin Top Stil gedreht das ist dann äh aus Quentin Tarantinos Kindheit mit seiner Mutter und ihren damaligen Freund also Quentin und Connie und Kurt so im Calvin Top Stil ab und zu werden auch ikonische Comic Cover die sich in unser kollektives Bewusstsein gefressen haben zitiert ab und zu wird auch der Sin City Stil zitiert also wir haben hier Quentin Tarantino mit einer Whisky Flasche der den Mittelfinger zeigt das ist so eine Anspielung auf Frank Millers Wolverine zum Beispiel davon haben wir einige Comic Anspielungen natürlich ist es Quentin Tarantino wenn er nicht öfter mal auch abschweifen würde wenn er nicht seine Ikonen wie zum Beispiel Bruce Lee zitieren würde wenn er sich nicht durch die ganzen Genres zitieren würde aber das Schöne ist hier werden auch kritische Momente immer wieder mal aufgegriffen wie seine problematische Beziehung zu Harvey Weinstein den Unfall zu Juma Furman während Kill Bill Volume 2 wonach die sich komplett verkracht haben aber auch Robert Rodriguez findet hier seinen Part also ich finde es schön dass hier auch gerade diese kritischen Ansätze hier ihren Punkt gefunden haben und dann wird auch immer wieder mal erwähnt wieso ist es sowas besonderes dass ein Rico Morricone ihm da was komponiert hat und auch alte Stücke überlassen hat es wird auch immer wieder mal auf den Wandel von Hollywood dabei eingegangen und das liest sich dafür dass man wirklich so viel Wissen um die Ohren gehauen bekommt sehr sehr organisch sehr sehr flüssig vielleicht schadet's nicht wenn man diese ganzen Tarantino Filme gesehen hat also ich setz das mal als Minimum voraus schadet vielleicht wenn man ein bisschen mit Comics zu tun hat und sich so ein bisschen mit der Filmhistorie auskennt aber an sich fand ich das ein schönes rundes Ding und es wird da auch erklärt wieso Quentin Tarantino sich zum Beispiel mit Disney zerstritten hat und deswegen niemals seinen Lieblingshelden Iron Fist verfilmen wird weil auch das wurde ihm angeboten für Filmfans und für Tarantino-Fans ist das wirklich ein schönes rundes Ding dass auch sein Stil immer wieder variiert und man hat auch das Gefühl dass man hier Infos rausbekommen hat die man jetzt nicht so aus dutzenden Interviews mit ihm vielleicht so mitbekommen haben könnte also es macht Spaß und am Ende hast du das Gefühl ja okay du kannst ein bisschen mehr klug scheißern über Tarantino Ja ich bin mir sicher der Name Iron Fist hätte mit Tarantino eine vollkommen neue Bedeutung bekommen das ist relativ klar wie würdest du die Zeichnung beschreiben ist das optisch auch gut oder das ist optisch auf jeden Fall sehr sehr ansprechend manchmal hast du hier auch alte Filmplakate zitiert manchmal wirkt es wie aus den Filmen genommen und es wird hier auch viel mit Zitaten gespielt also auch dass da der Wiedererkennungswert gegeben ist manchmal nur im Original um vielleicht so ein bisschen das Copyright zu umgehen auf eine kreative Art aber der Zeichenstil der war wirklich grundsolide der hat äh nicht grundsolide der war ziemlich gut der hat auch gut mit den Farben gespielt ab und zu gab es auch mal so Sequenzen im Sin City Style es sind wirklich mehrere unterschiedliche Stile die hier aufeinandertreffen und ich finde das macht Amesian sehr sehr gut deswegen ist das für mich so eine der wenigen Comic Biografien wo ich sage ja da wurde ich durchgehend unterhalten es hat Spaß gemacht und da habe ich mich auch gut an die Hand genommen gefühlt und dachte ja jetzt verstehe ich ihn ein bisschen besser was zum Beispiel bei dieser einen Bowie Biografie mir so ein bisschen gefehlt hat bei manchen Biografien fehlt mir so dieses dieser gewisse Punkt wo dir erklärt wird wieso hat die Person das alles so geprägt das haben sie hier auch gut geregelt wenn ich kurz fragen darf bei wann endet denn diese Biografie die endet mit seinem letzten Film er spekuliert auch noch so ein bisschen auf seinen letzten Film und er erwähnt zum Beispiel so Alternativ-Szenarien was für Kill Bill Fortsetzungen würde er bringen aber ja sein letzter Film fehlt deswegen hätte man theoretisch eigentlich noch warten müssen bis The Movie Critic kommt also sein letzter sein wirklich letzter Film aber auch da wird immer wieder erwähnt was könnte er sich für die Zukunft vorstellen was würde er in der Zukunft gerne machen ja ich hätte es auch im Prinzip konsequenter gefunden hätte man seinen letzten Film abgewartet aber es ist Tarantino wir wissen nicht wann sein letzter Film dann wirklich kommt der lässt sich ja wirklich gerne Zeit wird da irgendwas gesagt warum gerade jetzt dann dieses Werk erscheint was jetzt Amazing Amersian was echt ein toller Künstlername ist dazu gebracht hat es gerade jetzt rauszubringen eigentlich nicht ach ja und natürlich für Tarantino Verhältnisse es wird natürlich wieder viel geflucht auch wenn mich da diese Zensiertbalken so ein bisschen gestört haben ey wenn du Tarantino guckst dann wirst du auch unzensiertes Gefluche hören das hat mich ab und zu mal ein bisschen rausgerissen mhm dann würde ich sagen kommen wir von der einen Comic Biografie zur nächsten denn mein zweiter Comic heute sind Die Abenteuer von Hergé erschienen bei Carlsen Comics von den Herren Bouquet Frommental und Stanislav als Künstlerteam veröffentlicht und das ist jetzt schon die dritte deutsche Veröffentlichung die erste kam 2001 dann gab es den Band nochmal 2013 und 2021 ist der Band dann nochmals erschienen diesmal als Hardcover mit ein paar zusätzlichen Seiten noch drin und natürlich es geht um Georges Remy alias Hergé mit seinem weltbekannten Comic Tim und Struppi dessen Vater er ist und ja der auch geregelt hat dass außer ihm keiner mehr Tim und Struppi machen darf weswegen wir davon sehr sehr wenig gesehen haben in letzter Zeit schade aber das Kreativteam hat sich hier entschieden einen Comic zu machen der ganz deutlich optisch an Hergés Stil angelehnt ist und das passt natürlich sehr gut zu ihm wenn so ein bisschen von seinem Zeichen Stil beeinflusst sein Leben dokumentiert wird und zwar gibt es da episodenhaft immer mal Einblicke in verschiedene Jahre in denen er was gemacht hat angefangen tut es oder es fängt an 1914 wo er ein kleiner Junge ist wo man seine Mutter noch erkennt in so einer Gesangsszene und wo beschrieben wird dass er so ein bisschen auch adlige Wurzeln hat und wo ein bisschen erklärt wird warum er vielleicht so ist wie er später geworden ist und ja wir sehen immer verschiedene Einblicke in diesen Band und deswegen fand ich es so interessant dass du jetzt gesagt hast du kannst Tarantino jetzt besser verstehen weil mit Hergé ist es mir hier ein bisschen schwer gefallen weil wir kriegen immer hier nur so kurze Einblicke in ein bestimmtes Jahr wir kriegen einen Ausschnitt wo irgendwas bestimmtes gezeigt wird aber das kann ich jetzt schon sagen mir hat so ein bisschen die rote Linie in diesen Comic gefehlt weil ja also diese kurzen Einblicke waren für meinen Verstand ein bisschen zu wenig was sehr gut gelöst wurde ist wie schon erwähnt der Zeichenstil der an Tim und Struppi angelehnt ist aber ähm ansonsten gibt es ganz ganz viele Anspielungen auf Dinge die man kennen kann aber nicht kennen muss also wir wir lernen wie Hergé angefangen hat dann zu zeichnen gegen den Willen seines Vaters äh wie er die ersten Tim und Struppi Comics rausgebracht hat wie er durch wie dann das Tim und Struppi Magazin ähm bekommen hat wie das Ganze zum riesigen riesigen Erfolg schon in den 50ern geworden ist in Belgien also für deutsche Verhältnisse gerade in der damaligen Zeit einfach komplett unvorstellbar dass ein ein Comic so einen riesigen Ruhm bekommen hat dass es einen eigenen Film dazu gab wo selbst der Schauspieler der Tim darstellt ist ist gefeiert worden man hat das wirklich wie ein wie ein Staatsbesuch ähm quasi gefeiert wenn er irgendwo zusammen mit Hergé aufgetreten ist um ein bisschen Werbung zu machen und das das muss eine unglaublich interessante und spannende Zeit gewesen sein vorher hat Hergé natürlich noch das ein oder andere Problem gehabt auf den der Comic natürlich auch eingeht also zum Beispiel wurde Belgien ja in den 40ern von den Deutschen besetzt und Hergé hat dann weiterhin für die Zeitung dort gearbeitet im besetzten Belgien was natürlich dazu geführt hat dass man ihn nachher wegen Kollaboration eingesperrt hat also man sieht ihn dann wie er in der Zelle sitzt und redet dann mit einem anderen Kollaborateur aber wer der andere Kollaborateur dann erhangen wird also es wird leider auch nicht offenbart was der jetzt letztendlich gemacht hat kommt Hergé da raus und jetzt muss man natürlich sagen gut wo fängt Kollaboration an also wenn du für eine Zeitung arbeitest wo du ja wo du Comics zeichnest wie groß ist dann die Hilfe für die Besatzer wirklich halt aber da waren die Belgier schon schon sehr interessiert daran das aufzuarbeiten und zwar mit Todesstrafen wenn man da so kollaboriert hat hat und diesen Vorwurf ist ja nie so ganz los geworden ebenso gibt es ja die Rassismus Vorwürfe wenn wir an Tim in Kongo denken da die Darstellung von den Afrikanern dort ist nach heutigen Maßstäben nicht mehr adäquat weil sie zu ja weil sie zu sehr auf Stereotype hinwirkt da wird auch am Rande drauf eingegangen weil er hat sowohl rechte als auch linke werfen ihm vor jeweils für die anderen Parteien da sich zu sehr auszusprechen und er sagt im Prinzip ja er will eigentlich nur Comics zeichnen halt das auch darauf wird eingegangen heutzutage und was ich sehr interessant fand ein Aspekt den ich noch nicht wusste also er hat es wohl sehr mit den Damen gehabt also das scheint eine große Faszination für ihn gewesen zu sein er hat dann ja auch seine Geliebte irgendwann geheiratet und so weiter und so fort und das sind alles so Informationen die so am Rande mit eingeflochten werden aber für mich ein bisschen zu kurz kommen also ich hätte da wirklich lieber eine rote Linie gehabt und ja er trifft dann alle möglichen Persönlichkeiten die man noch kennt also den Verleger von mit dem er agiert und Leute mit denen er gut zurechtkommt Leute mit denen er im Verlag schlecht zurechtkommt aber ich glaube um das richtig einschätzen zu können muss man wahrscheinlich vorher eine Biografie die von ihm auch wirklich eine komplette als Buch gelesen haben weil für mich war das als jemanden der Tim und Struppi mag aber der jetzt mit dem mit dem ganzen Leben von RG jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt hat war es ein bisschen kurz auch wenn im Anschluss gibt es so ein kleines einen kleinen Anhang wo die ganzen Personen beschrieben werden mit denen er da interagiert hat aber also das finde ich eigentlich schon sehr schade dass es das überhaupt braucht weil für mich hätte das wenn es ein richtig gutes Ding gewesen wäre hätte es diese Erklärungen nicht gebraucht wenn die in den Comic eingeflossen wurden in den Comic eingeflossen wären und das ist hier einfach nicht passiert stattdessen hat man einen sehr langen Anhang gemacht mit den Personenbeschreibungen mit ein paar alternativen Covern und Zeichnungen und so weiter wie man das so kennt und das ist auch alles sehr schön aber mir fehlt da wirklich so der rote Faden in dem ganzen Ding ich würde es trotzdem empfehlen für diejenigen die wirklich Freunde von Tim und Struppi sind für alle anderen dürfte das keinesfalls interessant sein hat das jemand von euch mal gelesen ne natürlich nicht ich bin ja generell nicht so aber ich finde Herr G. natürlich als einer letztlich der Größen in der Comicszene natürlich wahnsinnig spannend wird mir da glaube ich auch tatsächlich ist das so ein Fall von da nehme ich doch lieber mal den Comic in die Hand und lese dann den Comic bevor ich jetzt zu einem dicken Buch greife oder sonst was einfach weil ich dann vielleicht eher den Zugang finde gerade auch wenn es in der Stilistik daherkommt die er selbst präsentiert hat es ist natürlich schwierig wenn du sagst okay 104 Seiten sind es ja letztlich da kann man nicht nur nicht alles darstellen es gelingt auch nicht unbedingt das rund darzustellen und so ein Wikipedia Artikel parallel zu lesen wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll das finde ich dann schon auch ein bisschen schade aber ich würde ihn würde ihn lesen habe ich nicht gelesen und frage mich übrigens auch du hast von den Neuauflagen gelesen das ganze Ding kommt hier auch als erweiterte Neuausgabe was sind da jetzt eigentlich neu erweitert dabei weißt du das ja es gibt ja diese also es sind immer so Jahresepisoden wo irgendwas beschrieben wird und da wurde eine neue Episode reingebastelt also ein zusätzliches Jahr glaube ich oder zwei verstehe Patrick hast du es gelesen leider auch nicht dass der letzte Kontakt mit Tim und Struppi war wirklich dieser letzte Animationsfilm ich war auch da im Atomax also dieser Tim und Struppi mittlerweile Strich Studio Ghibli Laden ich tue mich so ein bisschen schwer mich mit diesen alten Tim und Struppi Comics da reinzulesen auch wenn ich die früher in der Schule sehr sehr gerne in der Schulbibliothek reingelesen habe aber irgendwo ist das für mich nicht ganz so gut gealtert unabhängig von dem Rassismus ich verstehe auch den Einfluss den Hergé und sein Erbe auf die franco-belgische Kultur hatte deswegen ich würde eher auch da in diese Comic-Biografie reinlesen als in so einen alten Tim und Struppi Band weil ich habe hier zwei Bände ich habe hier ewig nicht reingelesen und wenn dann war es nicht allzu lang Wann endet das hier endet das mit seinem Tod? Breed Song? Ja 1983 ist er in Brüssel gestorben und das wird auch auf eine sehr schöne Weise dargestellt so schön wie man Tod halt darstellen kann aber das haben sie das hat mir sehr gut gefallen ja na gut hunderttausend heulende Höllenhunde es geht jetzt weiter mit der wir haben wieder einen hervorragenden Comic gelesen und zwar zu dritt was war das doch gleich Andi ob das hervorragend war oder nicht darüber müssen wir nämlich nochmal sprechen denn wir haben gelesen Wii 3 erscheint 22 Anfang 22 auch in der Deluxe Edition bei Panini und das ist ein Comic von Grant Morrison und Frank Whiteley da auch dann im Black Label die C-Black Label halt eben jetzt hier erschienen und eben bei Panini in Deutschland gibt es inzwischen als Hardcover gibt es auch verschiedene Softcover könnt ihr für unterschiedlichste Preise bekommen 148 Seiten und das ganze Ding ist eine Geschichte die nur drei Kapitel hat und zwar geht es letztlich um drei Tiere einen Hasen einen Hund und eine Katze und das sind nicht irgendwelche Tiere nein die sind in einem Geheimlabor zu Kampf-Killermaschinen wenn man so will ausgebildet wurden die sind wenn man so will so ein bisschen kybernetisch erweitert so ein bisschen die animalische Version von Robocop nur halt auf Töten und Kriegsführung ausgerichtet und nun ja aufgrund von Vorfällen fliehen sie aus dem Labor und dann gehen Dinge los dann gibt es natürlich Eskalation dann explodiert viel es gibt jede Menge Blut und am Ende auch ein Finale und das ist ein Comic über den wollte ich reden weil da Grant Morrison und Frank Whiteley drauf stand zwei Namen die aus der Comic Szene nicht mehr wegzudenken sind oh ihr kanntet das schon im Gegensatz zu mir ne ja warum seit wann und wie hat es dir gefallen es war damals eine Empfehlung vom Leger Legende und wenn ich hier auch so diese ersten Kritiken durchlese einfach mal wahllos bei Google ein eindringlich bewegendes Science Fiction Fabel da denke ich wieso weil ja es ist optisch beeindruckt es ist blutiges gegröße und wenn du tierfan bist dann siehst du ja einiges das dich traumatisieren könnte nur ist es irgendwie für mich so eine Mischung aus unten am Fluss und Robocop nur eben komplett auf LSD als die Tiere dann freigelassen werden dann meuchen die erstmal alles nieder und dann wollen weil wir das ja am Anfang jeweils in den Steckbriefen erfahren diese Tiere wurden natürlich von den bösen Laboren entführt nach all dem Gegröße nach all dem Gemetzel wollen die zu ihren Besitzern zurück diese emotionale Komponente die sie damit aufschlagen wollten die hat für mich nicht so ganz funktioniert aber optisch ist das Ding schon ein beeindruckendes Gemetzel wenn auch sehr stumpf Breedstorm seit wann kattest du das? Ich hatte das tatsächlich schon mal gelesen ich war mir nicht mehr ganz klar ob ich das mal auf Comixology gelesen hab oder ob mir das der Steffen vielleicht mal ausgeliehen hat aber als ich es dann reingelesen hatte dachte ich hey Moment das kenn ich doch schon und ja so geht's halt im Alter da wird das halt manchmal so und was mir sehr gut gefallen hat sind die Darstellungen von den verschiedenen Charakteren von den unterschiedlichen Tieren wir haben da den treuen Hund der einfach nur ein guter Junge sein will wie man das so kennt so diese leicht devote Haltung die wir von den netten Hunden auch kennen die mörderische Katze die ja einfach auch Spaß dran hat dir einfach mal die tote Ratte vor die Tür zu legen als Trophäe und sich dran zu ergötzen dass der Kopf weg ist und natürlich das etwas verpeilte dümmliche Kaninchen haben wir ja auch wieder gefunden und das wurde sehr sehr schön dargestellt fand ich diese unterschiedlichen ja Eigenschaften der Tiere wie man das so kennt die hinterhältige Katze die hinterhältige Katze die fand ich übrigens auch super also ich als Katzen Fan fand das schon genial also ich sag's mal direkt ne als ich gelesen hab Grant Morrison ein Typ der für mich dafür bekannt ist dass er komplexe Geschichten erzählt dazu Frank Whiteley ja der kann auch Blut aber vor allem kann der schön das find ich ganz toll und dann muss ich mal sagen ich hab leider aber sicher hab ich mehr Bremer Stadtmusikanten bekommen als ich hier meinetwegen die Farm der Tiere bekommen hab und das ist sehr schade weil letztlich war das ja auch mit diesem Science Fiction Setting ein Stück weit irgendwas hätte richtig geil werden können da hätte ich richtig viel Spaß dran haben können aber es war unterm Strich einfach nur wie Patrick ja auch schon sagte ne finanziell eher stumpfe Action Story mit dem Aufhänger dieser kybernetischen Tiere und das hat mich insgesamt doch sehr enttäuscht das ist ein Comic der kommt natürlich sprachlich mit zwei Besonderheiten daher zum einen dass er relativ wenig Sprache hat wir haben sehr viele Panels in denen einfach nicht gesprochen wird wir sehen Bilder gibt es unter anderem auch eine Seite oder mehrere Seiten wo dann so kleine Quadrate aneinandergereiht sind das sind Aufnahmen von Überwachungskameras und wenn wir die Stück für Stück für Stück uns anschauen dann ergibt sich halt dazwischen den Panels das ist ja dann das Sequenzielle daran irgendwie auch die Geschichte und wir verstehen was da los ist aber es wird insgesamt wenig gesprochen klar die Menschen reden miteinander und erfahren wir dann letztlich auch so ein bisschen Hintergründe und dann auch im dritten Band kommt ja noch ein größerer Antagonist dazu und so das ist ja alles ganz nett aber insgesamt nicht viel Sprache und der zweite natürlich wichtige Aspekt ich habe hier die englischen Ausgaben gelesen ist der wie die Tiere unsere kybernetischen Tiere miteinander sprechen die haben sehr reduzierte einfach Rhetorik ganz klar weil reden jetzt nicht das ist wofür Tiere unbedingt bekannt sind irgendwie können diese wenn man so will Maschinen in denen sie drin stecken dann deren Sprachzentrum nutzen und dann können die auch ein bisschen miteinander auf simpelste Art und Weise interagieren das ist ganz cool und eine nette Idee die aber auf gar keinen Fall für drei Ausgaben taugt und insgesamt finde ich es sehr dünn ich finde es so dünn dass ich es für drei Ausgaben sind es ja auch nur die klar das sind diese langen Ausgaben die kommen es sind hier in der Deluxe Edition auf Deutsch 148 Seiten aber ich finde es insgesamt mindestens mal ein Kapitel zu lang weil es hat überhaupt keinen Mehrwert dass man das so lange ausstreckt das ist einfach nur Tiere brechen aus und werden gejagt fertig da gibt es vielleicht also das hätte man locker auf zwei große Kapitel austeilen können also ich muss sagen ich bin enttäuscht dass es nicht annähernd so komplex ist wie es mir gewünscht hätte und du hast gerade diese Sequenz erwähnt mit den Überwachungskameras soll ja quasi einleiten dass diese Tiere eingeschläfert werden sollen und diese Doktoren hat ein schlechtes Gewissen und lässt die Frauen das sieht man über Überwachungskameras dann in den einzelnen Stationen das ist wirklich sehr sehr geil gemacht und du siehst dann auch so diesen Umriss von der Katze whatever aber findest du nicht dass man da arg von Alien oder Aliens kopiert hat oder zitiert hat also ich fand das schon fast eine sehr sehr dreiße 1 zu 1 Kopie von Aliens aber was hätte man da alles geiles machen können ich meine Aliens jetzt mal ernsthaft verschiedene Rassen die ja alle schon mal unterschiedlich ticken man hätte zum Beispiel komplett auf diese Jagdinstinkte eingehen können auf das animalische was dann irgendwann wieder durchkommt und vielleicht dem technischen Überlegen ist wie sieht es aus man hätte wie reagieren und kommunizieren die miteinander wäre es nicht zielführend gewesen vielleicht eine Art animalische Geheimsprache irgendwie zu etablieren die in den Tieren drin steckt womit die auch reden können wenn mal die Technik ausgefallen ist einfach weil Tiere sich verstehen dieser Team Aspekt der hier immer mal so angedeutet wird ja der steckt drin und der wird auch an einer Stelle relativ konkret betont aber da gibt es unfassbar viele Potenziale die ja meines Erachtens liegen gelassen worden sind und dann dafür kriegen wir halt nochmal Blut und da nochmal ein Darm und da kommt irgendwie eine Taube oder eine Möwe und frisst irgendeinen Darm auf oder so also das ist ja alles schön und gut aber dafür brauche ich weder einen Grant Morrison noch einen Frank Whiteley das kann ich mir auch sehr viel also von anderen Leuten halt geben lassen und was jetzt nicht bedeuten soll dass es schlecht ist ich meine es ist ein kurzweiliger Actioncomic mit dieser einen Prämisse und dann zack geht es los viel Spaß aber das ist wie gesagt nicht das was ich mir erhofft hatte als ich den für die CCA vorgeschlagen habe vor allem was mir wirklich negativ aufgefallen ist du hast jetzt den Punkt mit den vielen Tieren erwähnt hier gibt es ja auch so eine Sequenz da wird erstmal bedeutungsschwanger angeteasert oh wir haben auch noch Ratten die können jetzt einiges reißen dann war es am Ende so ein kleiner Fliegenschiss da gibt es eine Sequenz in der das dann nochmal rausgenutzt das ist genau eins ja genau oder eben als die Tiere direkt geflohen sind du hast weniger Mitleid mit den Tieren gerade das erste was die auf der Flucht machen die trampeln einige Tiere erstmal tot also sie walzen erstmal wahllos alles nieder dass sogar welche von Peter sagen würden scheiße die sind gefährlich also irgendwo ist da eine gefährliche Ambivalenz drin obwohl man sehr für die Tiere appellieren will also ihr jungen Leute ich muss sagen ich vereint mich bestens unterhalten weil ich aber genau die gegenteilige Erwartung so ein bisschen dann auch hatte weil Grant Morrison sonst immer bei DC mehr so für ja für so pathetische Superhelden überhöhende Götter gleiche Geschichten für mich steht wo ich nicht immer mit klarkomme vielleicht auch einfach mal eine Zeit lang zu viel gelesen und das hier erweckt natürlich ein bisschen mehr den Eindruck als wäre es von Mark Miller oder als wäre das hier vielleicht von Garth Ennis gemacht worden also da war ich wahrscheinlich einfach schocküberrascht dass das jetzt nicht mit riesigen Pathos hier alles so passiert und ja es ist halt derselbe Vibe wie bei den alten Punisher Comics hier von Ennis wo du gedacht hast okay was wird denn heute auf welche kreative Art und Weise zerstückelt und dass das mit Viechern gemacht wurde das passt für mich vollkommen also ich hab mich da sehr gut unterhalten gefühlt mit okay das kann ich verstehen ich glaube einfach dass die Erwartungshaltung hier so ein bisschen ein Problem ist wäre das einfach ein x-belieber Actioncomic von irgendeinem x-beliebigen Verlag gewesen ich meine keine Ahnung wäre da bei Aftershock erschienen oder so und ich hätte die Leute dahinter nicht gekannt dann hätte ich es wahrscheinlich auch alles anders betrachtet muss aber sagen dass ich hier viele liegen gelassene Potenziale auch sehe ja warum nicht mal andere Tiere warum nicht mal Flugtiere warum gibt es da nicht eine geile Fledermaus so eine Cyberfledermaus irgendwie also vielleicht will ich ja gleich wieder ein ganzes Franchise das ich jetzt in dem Fall auch einfach nicht bekommen habe aber es ist schon einfach die Erwartungshaltung tatsächlich vielleicht die mir hier den Spaß ein bisschen genommen haben und ich habe das Gefühl ich habe hier Patrick auch in eine negative Richtung gedrängt die er vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat zu Beginn es ist auch wirklich die Erwartungshaltung die du mit DC Black Label hast vielleicht war das auch damals ein ehemaliger Vertigo Titel dann noch bei dem da erwartest du deswegen sind da bei mir auch automatisch die Erwartungen hoher du hast mich nicht in eine Richtung gedrängt ich habe ich habe selber schon gedacht okay schade aber gut dass Breedstorm ein bisschen positive Aspekte reinbringt weil im Prinzip macht das Ding ja Spaß wir hätten uns nur ein bisschen mehr auf die 12 gewünscht wahrscheinlich eben nicht es war mehr als genug auf die 12 das ist genau das was ich nicht will ich will hier komplexe Interaktionen zwischen den Charakteren wir müssen halt auch bedenken wie alt das Ganze halt wirklich auch ist dass das schon einige Jahre her ist und dieses Kreativteam Grant Morrison Frank Whiteley die haben damals natürlich auch die New X-Men gemacht und wenn man dieses Ding da durchblättert dann sieht das natürlich genauso aus wie das bei den New X-Men damals aussah deswegen habe ich auch da gleich wieder positive Verbindungen mit gerade so also allein die Wissenschaftlerin die die Tiere so ein bisschen ja geschaffen hat mehr oder weniger die die erinnert ganz stark an was wir damals bei den New X-Men gesehen haben also das das ist eins zu eins quasi und das erregt bei mir natürlich auch wieder positive heimelige Gefühle so ist es einfach auch hier finde ich wieder positiv erwähnenswert wie es aussieht mit den Designs also dadurch dass natürlich so wenig Sprache gesprochenen Sprache Textblasen drin sind musste dir die Stimmung und die Handlung dir dann vermutlich einfach auch ein bisschen aus Sicht der Tiere auch damit erzählt wird dann so zusammenreiben das finde ich schon gut die ganze erste die erste Ausgabe beginnt ja schon mit diesem stummen Einsatz ein Tier hat einen Einsatz und soll hier irgend so eine Gang vermutlich wird es sein auseinander nehmen tut es dann auch sehr erfolgreich und da wird nichts gesprochen du weißt aber genau was passiert ist du hast dann so Stück für Stück eine Ahnung wer da eigentlich was gemacht hat wo du zu Beginn ja gar nicht weißt dass da Tiere in diesen Dingern drin stecken das erfährst du dann erst nach ein paar Seiten und das ist schon alles ganz cool sind generell viele nette also einfach so Panel Aneinanderreihungen drin insbesondere nochmal also nochmal erwähnt auch diese Überwachungskamera Geschichte aber dann auch wirklich einfach nur mit diesem stumpfen schwarzen Rahmen dazwischen und ich hatte vorhin bei Salomon besprochen dass man das sehr viel kreativer lösen konnte und das hätte dir sicherlich auch gut gepasst wenn da noch ein bisschen mehr Arbeit in die Layouts einfach gegangen wäre ich empfehle auch wer das Thema mag vielleicht eher Rover Red Charlie das wäre so ein Spin-Off zu Crossed gewesen ähnliche Thematik nur eben mit drei Hunden in der Apokalypse oder die Löwen von Bagdad da geht es ja auch um einen gewissen Überlebenskampf aber da hat ich habe ich auch eher mit den Protagonisten mitgefiebert weil da auch die Umgebung für die wirklich eine Bedrohung war die sind komplett overpowered da hast du jetzt nicht das Gefühl oh 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 denen passiert gleich was sondern okay die zerlegen jetzt das nochmal die zerlegen jetzt das nochmal ich finde es sehr filmisch inszenierend muss ich sagen ich habe schon oft das Gefühl als wären das auch gute Vorlagen für einen Film wobei ich mir dann da nicht vorstellen kann dass der R-Rated wäre der müsste dann schon so ein bisschen weniger Gewalt da mitbringen aber als Film funktioniert es vielleicht besser als Kurzfilm für Love, Death und Robots wäre das Ding super ja aber auch hier das ist natürlich ganz eindeutig Frank Whiteley da sah ja alles aus wie ein Film wenn er das gemacht hat das war einfach die Phase hier Anfang der 2000er wo er richtig Gas gegeben hat und wo du gedacht hast das würde ich gerne mal verfilmt sehen aber das wäre vielleicht auch mal eine Idee für Amazon oder Netflix oder wen auch immer sowas wirklich mal in so eine Optik auch zu bringen so wie sie das bei Invincible auch geschafft haben wo sie wirklich die Optik sehr gut übernommen haben und wenn sie das bei Whiteley schaffen würden das wäre natürlich genial das wäre geil da würde ich sogar für zahlen wow ja so weit ist es schon ach weil du gerade Invincible ansprichst ich würde gerne mal ganz dreist Eigenwerbung machen denn es gab so ein bisschen es war eine halbe Comic Cookies Ausgabe denn zusammen mit dem lieben Patrick und dem Adrian von Bauer haben wir ganz besonders ausgiebig über Invincible gesprochen wir haben die komplette Comicserie besprochen und einzelne Charaktere und Story Arcs rausgenommen wir haben uns auch natürlich punktuell über die TV Umsetzung auf Prime Video unterhalten das ganze kriegt ihr natürlich auch beim Telestandtisch war eine super Ausgabe super Besprechung hat mir sehr viel Spaß gemacht wir haben da viele tolle Sachen erzählt Patrick deswegen auf jeden Fall nochmal dieser Querverweis jetzt hier an der Stelle weil es ja auch irgendwie eine halbe Comic Cookie Ausgabe ist da mal beim Telestandtisch vorbeizugucken war auch eine schöne Ausgabe absolut so Jungs ihr drei Hunde in der Apokalypse habt ihr noch andere Dinge die ihr pluggen wollt tatsächlich habe ich gerade in dem Moment als ich hier die Werbung zum zweiten Mal jetzt machte für meinen anderen Cast darüber nachgedacht dass ihr beide jeweils ja auch viele Podcasts habt oder zumindest weitere ich habe ja auch die liebe Sandra getroffen am Mittwochabend also vor der Leipziger Buchmesse wir waren essen zusammen mit den Mädels von Comic Clutch und noch eine weitere Freundin von denen die auch irgendwie Bloggerin ist wie läuft es eigentlich mit eurem Podcastprojekt lieber Breed Song ja die nächste Ausgabe des taumaturgischen Lesekreises ist quasi in der Mache ich habe die Spuren jetzt bekommen ich werde den Grobschnitt wieder machen ich habe ja jetzt ein bisschen Urlaub da kann ich mich diesen Themen mal widmen was nicht so meine bevorzugte Tätigkeit ist aber es wird schon gehen und dann werdet ihr bald eine spannende neue Ausgabe da hören können und wie sieht es aus beim Nerdbedarf ja wir haben jetzt eine Ausgabe von Free Body Problem im Schnitt und ja sind natürlich sind weitere Folgen in Produktion und mit einem gewissen Gordon der einen Animationsfilm machen will da werde ich demnächst zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Woche später ein paar Aufnahmen machen Gordon hat mich als den Bösewicht in diesen Cartoon gecastet ich bin mal gespannt es wird bestimmt eine neue Erfahrung ihr macht Synchronisationsarbeiten für eine Animationsserie oder für was für einen Cartoon zu Interstellarinsakts Gordon hat mich da mal als den Bösewicht einfach dreist gecastet weil er anscheinend das Gefühl hat wenn ich im Kino ein bisschen arschig bin dass das gut zu dem Bösewicht da passt mehr kann ich nicht dazu spoilern könnte lustig werden Space Insects gibt es auch kostenfrei legal im Internet Interstellarinsakts äh ja Interstellarinsakts gibt es ganz offiziell und legal im Internet könnt ihr mal gucken genau auch wenn ich nicht wieder Werbung machen wollte aber ja es steht halt aktuell an also ihr seht ihr könnt unglaublich viele neue Zusatzinhalte zu uns bekommen auf ganz ganz verschiedenen Kanälen aber ich denke ihr werdet das schon finden dann würde ich sagen Jungs und natürlich ich hatte so ein paar Ausgaben bei Let's Talk About Horror und da sind auch schon zwei neue Ausgaben in der Mache mit dem Alex was ist nochmal Let's Talk About Horror es ist ein Cast über Horror von einem Bekannten bei mir aus der Umgebung und er hat entweder einen Themenschwerpunkt oder einen Filmschwerpunkt auf das Thema werden wir uns noch einigen aber ja ich bin da oft am meckern und ja da sind ein paar richtig lustige Casts bei rausgekommen in letzter Zeit deswegen auch da gerne mal reinhören Alex hat uns auch ein Intro eingesprochen als ich ihn das letzte Mal getroffen habe zum ersten Mal dann schalten sie auch nächste Woche wieder ein wenn es wieder heißt wer kann die meisten Interviews an einem Tag führen oder wer schafft es die meisten Gastauftritte in anderen Podcasts zu bekommen wir sind sehr gespannt und ich sag mal Adieu Auf Wiedersehen bis dann Pekurant La 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 Now Dough 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 Dough